END STORM So, ich bin auf dem Aufnehmen NEIN Och man, ich hasse mein Leben LOL Welcher Penner war das? Ohne Ansage NEIN Du hast auf mich geachtet Du bist gegen die Wand gefahren Das allerbeste ist einfach, wenn man mit dem Fenster im TeamSpeak ist und einfach nur den Channel hoch und runter scrollt Da hat er laut gescheckt und Epic gefomst NEIN Er ist mir anal, einfach anal rein ist er Leute, was willst du denn hier in mein Loch? Hier, jetzt ich das essen würde TAKE TAKE JA RATTE WÄH 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 ZWÄH WÄH 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 Da komm ich nicht immer. Wo ist denn Nico? Ob die fällt ja bei dem Spiel? Ja, die ist heute nicht da. Deswegen bin ich ja da und bin am trinken. Nein! Ja! Scheiße! Ach fuck ey. Komm hol das, lass so raus. Wir spielen Cowboy und Indiana. Gar nicht, wir spielen ja Curve-Fieber. Wir reiten um die Wette. Die Wette. Komm schon. Alter. Jetzt werde ich grad schon ein bisschen neidisch. Ohne Rass und ohne? Deal. Hast du mich um... Wird ich mich ergeben? Stell dich an die Matterfire. So schwul? Komm hol das, lass so raus. Alter Öl, weißt du, da kommt kein Mensch durch eigentlich. Kein Mensch. Ja, ich war alle auf gelb. Alle auf gelb, sonst hat er gewonnen. Komm hol das, lass so raus. Ich mich? Hallo? Wir spielen Cowboy und Indiana. Komm doch hinterher! Meine Freunde! Oh Öl, willst du mich verarschen? Oh, das gibt's nicht! Das gibt's nicht!